Reichtum, wohin mit dir? Reichtum, wohin mit dir? Anhäufen oder verteilen im Fluss? Das ist hier so die Frage bei Reichtum, und zwar bei jeglichem Reichtum. Ich meine, natürlich in erster Linie den materiellen Reichtum, den wir haben, also den Geldreichtum, den Immobilienreichtum, den Goldreichtum. Wenn du da Goldklötze hast oder deine Aktien, die du hast, und wir sind ja alle oder viele Menschen sind darauf aus, tatsächlich etwas anzuhäufen und zu sagen, sie sind im weitesten Sinne des Wortes reich. Und ich stelle hier die Frage, ist das Anhäufen besser oder ist das Anhäufen tatsächlich die einzige Möglichkeit oder ist das Verteilen von etwas, was man geschaffen hat, was man gewonnen hat, was man erreicht hat, tatsächlich das Bessere? Das ist immer wieder eine ganz berühmte philosophische Frage, die man sich Tag und Nacht stellen kann und gerne vor allem auch im Stillen stellen kann, so eine kontemplative Aufgabe. Wie ist das mit meinem Reichtum? Ich meine das ganz konkret und wirklich auch jetzt in allen Maßen der Möglichkeiten. Es ist ja ein seelischer Reichtum, es ist ein persönlicher Reichtum, den wir haben, weil wir sind einmalige Individuen und wir sind einmalige Persönlichkeiten, aber wir haben auch sehr oft den materiellen Reichtum oder den Reichtum unserer Titel und Ehrenzeichen, dessen, was wir beruflich erreicht haben, dass wir darstellen, also etwas Sichtbares, etwas materiell Wertbares, ein Wert an sich. Und da sind wir natürlich bei Wertesystemen. Und Reichtum ist natürlich ein Wertesystem, etwas materiell Wertvolles oder Werthaftes und etwas immateriell Wertvolles oder Werthaftes. Und eine Frage, die sich sehr schnell in diesen Zusammenhängen stellt, ist, was mache ich mit dem Reichtum? Häufe ich ihn immer weiter an? Häufe ich ihn geradezu gierig, gierig danach, immer mehr haben zu wollen? Und das ist ein Phänomen, das weit verbreitet ist, immer mehr an? Oder ich verteile ihn? Wenn ich es eben anhäufe und sehe, zum Beispiel, wie ein Geldmarkt funktioniert oder ein Immobilienmarkt oder ein Aktienmarkt funktioniert, und das ist ja nicht so schwer, so etwas zu durchschauen, dann kann ich mich wirklich da schwerpunktmäßig mit beschäftigen und sagen, okay, ich habe das mal tatsächlich durchblickt und jetzt häufe ich nur noch an. Das heißt also, mein einziges Ansinnen ist, neben Adrettheit und Freundlichkeit, dass ich so viel wie möglich anhäufe und dadurch auch verwalte und damit umgehe. Und was bedeutet das, wenn ich das anhäufe nur für mich und nur für meine Familie und vielleicht für meine Kinder, das ist ja sehr häufig so, und zu sagen, naja, ich muss für meine Familie, für mich und meine Kinder sorgen, vor allem für die Kinder, das ist so eine beliebte Ausrede, auch zu sagen, den Kindern soll es ja besser gehen. Und da fragt man sich natürlich, und was machen die Kinder da noch? Was bleibt denn für die Kinder noch übrig, wenn sie schon mit Reichtum überschüttet werden, schon in jungen Jahren und Gott weiß was? Was sollten sie nicht selber diese Welt kennenlernen und ausprobieren, lernen und wohin damit? Also was jetzt das Materielle anbelangt. Aber es ist ja auch der innere Reichtum. Es ist die besondere Art deiner selbst, ich sagte es ja gerade schon, die wichtig ist und die ein Reichtum ausmacht, das Potenzial, das du hast. Also meinetwegen die Sprache, mit der du sprechen kannst, die sehr reichhaltig ist und ein Reichtum von dir darstellt, weil es eben was Besonderes ist, weil du das ganz gut kannst oder weil du eine Fähigkeit hast, weil du tatsächlich eine Begabung hast, wie auch immer die aussieht. Eben das Potenzial deiner selbst, das ja so gewollt ist in der Existenz, dass du so bist und das an sich ist ein Reichtum. Ich betone das. Da gibt es natürlich Menschen, die das narzisstisch ausschlachten, diesen Reichtum und dann immer mehr davon wollen und auch immer weiter brillieren als Künstlerinnen, als Autoren, als was sie auch immer darstellen, ihren Potenzial von unmittelbar wirkendem Reichtum ihrer Menschlichkeit, ihrer Identität, ihrer Persönlichkeit und häufen die dann auch an. Also wenn wir das adäquat setzen zu dem materiellen Reichtum, sie häufen das auch an. Sie kriegen dann immer mehr Abstand zu den Menschen und Menschen, die diesen Reichtum, diesen mentalen Reichtum, den Sprachreichtum, den künstlerischen Reichtum nicht teilen und in Fluss geschehen lassen, im Sinne des Verteilens oder zumindest Fließenlassens, die haben dann auch ein Problem, weil sie immer abgehobener werden, weil sie immer besonderer werden, weil sie also so eine wirklich höhere Position haben im Umgang mit anderen Menschen, sich überhaupt nicht mehr auf Augenhöhe mit anderen fühlen, sondern eben besonders abgehoben darstellen. Und damit das gleiche Problem haben wie ein Millionär, wie ein Billardär, ein Milliardär, sie haben angehäuft, angehäuft, angehäuft und sie teilen das nicht. Das heißt, sie geben ihre Möglichkeiten nicht weiter, die sie an Potenzial haben, so wie es ein vernünftiger Mensch, der Geldreichtum hat oder auch Immobilienreichtum hat oder was auch immer tatsächlich in die Welt wieder hineinfließen lässt und nicht nur ruhen lässt als Wert, als materieller Wert, der sich von alleine vermehrt und das ist heute oft der Fall. Ich kann das Algorithmen überlassen, was die Börse anbelangt, die Aktien anbelangt und schlafe darüber und am nächsten Tag ist schon wieder was angewachsen, auf der anderen Seite auch wieder was gefallen, weil das ist ja kein kontinuierlicher Markt, der da ist, aber im Großen und Ganzen ist er kontinuierlich und führt zu immer mehr materiellem Reichtum. Das ist einfach eine Tatsache weltweit. Und natürlich gibt es da noch de facto immer mehr Multibillionäre, Millionäre und Milliardäre und all das, die gibt es mehr, aber im Vergleich zur übrigen Menschheit sind es doch relativ wenige. Und das Gleiche gilt für das Anhäufen der sogenannten Experten, der Expertinnen, die es gibt, die also für sich etwas angehäuft haben in ihrer Macht, in ihrer Allmacht, in ihrer Expertise. Mir fällt gerade die Kunstwelt ein zu Zeiten von Beltracki und auch heute noch, und den habe ich auch schon öfter mal angesprochen, weil ich das ganz interessant finde. Und diese für sich separierte Welt hat auch hier etwas angehäuft. Ich meine jetzt nur die Experten nicht, dass mit was sie reichheitshalber umgehen, oft geht das allerdings auch Hand in Hand. Also wenn ich ein geistiges Wissen habe, wenn ich ein Machtwissen habe als Potentat, als Guru, dann kann ich auch sehr viel anhäufen, weil ich in dem Sinne unberührbar bin und etwas Besonderes darstelle und dieses Potenzial immer weiter sich steigern lasse und damit durchaus anhäufe. Und das ist das Grundphänomen unserer menschlichen Gier, weil wir natürlich von Natur aus auch so programmiert sind, dass wir irgendwo implizit wissen oder kollektiv wissen, man muss eine gewisse Vorsorge treffen für manche Dinge im Leben und kann nicht nur in der Unmittelbarkeit existieren. Und aus diesem Mangelbewusstsein oder aus diesem Katastrophenbewusstsein, was ja stets in unser Leben einbrechen kann, sind wir eben auch Vorsorgewesen oder wir denken in die Zukunft hinein oder wir planen oder wir antizipieren und all diese Geschichten. Und insofern häufen wir dann auch immer wieder an. Das heißt also, wir machen eigentlich persönlich immer mehr aus etwas. Also wir haben den Trend, den biologischen, evolutionsbiologischen, psychologischen, seelischen Trend, immer mehr aus etwas zu machen, also etwas zu vervollkommenen, etwas zu perfektionieren. Und damit geraten wir doch in eine Einseitigkeit hinein, sowohl, wie gesagt, im materiellen Reichtum als auch in dem anderen Reichtum, den wir darstellen. Und die Herausforderung ist eigentlich, oder die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, hoffe ich das weiter an, mache ich noch mehr davon oder verteile ich das? Und dann stellt sich natürlich die Frage und die Herausforderung, wie verteile ich das, in welchem Fluss? Also wem gebe ich mein persönliches Wissen, mein spirituelles Wissen, mein göttliches Wissen, mein Wissen als Akademiker, als Handwerker, als Industriearbeiter und was auch immer wir sind, weiter? Wie lasse ich das in einen Fluss geschehen? Denn ich kann es alleine ja gar nicht bedienen. Es ist ja nur deswegen wertvoll, oder es ist eigentlich nur deswegen wertvoll, weil es ja allen Menschen gehört, weil alle Menschen davon partizipieren sollten, weil es für alle Menschen wichtig ist und weil alle Menschen daraus eben etwas fördern können und alle Menschen förderbar sind und nicht eine Spaltung der Gesellschaft eintritt, wie wir das ja erleben, eigentlich in allen möglichen Sektoren, wo die einen eben sehr reich sind oder sehr stark Experten sind oder verwissenschaftlicht sind und Wissenschaftler sind und die anderen eben nicht. Und damit eben Ungleichheiten auftauchen, die sehr ungut sind für jegliche Gesellschaftsform, für jegliche Kultur, für jegliche Nationen oder Völkerzusammenhänge, die da sind, die natürlich die Menschen spalten und auch zu Recht dann Neid erzeugen oder sagen, also das ist einseitig. Ich habe ja kaum was zu essen oder ich habe gar keine Bildungschancen mehr, weil mir die Bildungschancen schon von anderen weggenommen wurden, weil alles vielleicht auch schon im Sinne vorgedacht ist oder ständig auch schon speziell gemanagt wird. Aber ich, wo bleibt mein eigenes Potenzial? Was darf ich noch tun? Was bin ich wert? Also ich denke, das sehen viele Menschen nicht, diese starken Herausforderungen einer Spaltung in der Gesellschaft wegen diesem Reichtum, diesem Einseitigen, wegen dieser Anhäufung, wegen dieser Gier in allen möglichen Bereichen, die sich immer wieder separieren und damit eben zur Spaltung einer Gesellschaft beitragen. Das ist ein großes Problem, das zunehmend auftaucht, das Anhäufen. Und ja, ich meine, wie viele Leute kenne ich, die Millionäre sind und die Wahnsinnsimmobilien haben und natürlich dann ordentlich spenden und auf Charity tun. Ja, ich tue ja Charity und ich spendiere dem armen Schwein mal da hinten einen Wein und lauter so Züngst. Das ist eine vollkommen abgehobene und wie ein griechischer Wirtschaftswissenschaftler Varoufakis zu Recht gesagt hat, meines Sachens, es ist ein moderner Feudalismus geworden, in dem wir uns befinden. Also der Kapitalismus, der feudalistische Tendenzen hat, wieder ganz stark, so in der Form. Das kann ich nur unterstreichen, zu sagen, da ist eine Einseitigkeit in Form der Anhäufung passiert. Also wirklich in Form dieser unheimlichen Gier, die uns als Menschen steckt. Insofern sind wir Raubtiere. Wir sind Raubtiere, die etwas beiseite schaffen, wie manche Arten von Tieren, die etwas eingraben. Es sind aber bitte Tiere und die brauchen das, weil es eben schreckliche Winter gibt und sie wirklich Vorsorge tragen müssen und insofern anhamstern all diese Möglichkeiten haben. Aber in einer solchen Welt leben wir ja gar nicht. Wir leben nicht in einer Welt der Notwendigkeit, wo man Reichtum ohne Ende schaffen muss, wo man sich beweisen muss, dass man sechs, sieben Häuser im Laufe des Lebens auf die Reihe gebracht hat und die dann eben auch verwalten kann und vermieten kann, sodass man sich dann davon halten kann, also von den Mieteinnahmen beispielsweise und nichts mehr tun muss in der Form. Also ich will damit sagen, die Dinge haben sicherlich ihren Sinn auf der einen Seite. Sie sind wichtig, um eben Vorsorge tragen zu können, einerseits. Und auf der anderen Seite sind sie vollkommen pervertiert. Sie sind geradezu übertrieben dargestellt und das ist das, was wir tagtäglich immer wieder sehen. Um es nochmal zu sagen, in allen möglichen Bereichen der Anhäufung von Reichtum, auch dein persönlichstes, persönlichstes, was ein Reichtum an sich darstellt, weil nur du es bist, der es wirklich kann und besitzt und zum Ausdruck bringt, warum geizst du damit? Wieso geizst du damit? Du könntest es eigentlich auch anderen Menschen geben und damit umgehen und nicht noch dich abgehobener machen und besonderster machen und als Künstler noch höher steuern lassen und all diese Geschichten. Und insofern ist es sehr wichtig, im Sinne der Mitmenschlichkeit und wirklich auch im Sinne, ich nehme jetzt diesen christlichen Ausdruck, einer Nächstenliebe, aber vor allem im Sinne eines Miteinanders, wo wir alle miteinander Interesse haben, dass wir alle ein Potenzial haben, das nur uns gemeinsam gehört, seelisches Potenzial, wie gesagt, spirituelles Potenzial, geistiges Potenzial, Expertenpotenzial und jeder ist ein Experte, wie auch jeder ein Künstler ist und eben auch das Materielle und wir ein sehr starkes Interesse daran haben, dass das überall vorhanden ist, nicht im Sinne einer Gleichmacherei, die auch dann sehr primitive Züge annehmen kann, sondern im Sinne einer Menschlichkeit, so ich stehe dir das Gleiche zu wie mir und wir sind alle ähnlich und wir sind gleich vorm Recht und das ist eben etwas Grundsätzliches für uns Menschen. Sonst entstehen tatsächlich einseitige Tendenzen, die eines Tages zu fürchterlichen Auseinandersetzungen führen können. Sonst entstehen tatsächlich ein bisschen